Herzlich willkommen zum zweiten Kapitel der Webinarreihe Grundlagen der Microsoft-Lizenzierung. Dieses Mal geht es um die Microsoft-Lizenzverträge. Mein Name ist Irene Kisse und ich bin als Lizenztrainer für Microsoft tätig. Diese Webinarreihe umfasst insgesamt zehn Kapitel, jedes mit einem Überblick zu einem bestimmten Thema. Die Microsoft-Lizenzverträge können genauso wie die Grundbegriffe auch als Vorbereitung für die folgenden Kapitel der Produkt-Lizenzierung gesehen werden. Was genau erwartet Sie in diesem Kapitel? Ich möchte über Microsofts Vision sprechen, wie die Zukunft der Lizenzverträge aussieht und das führt uns direkt zum Microsoft Customer Agreement, einem relativ neuen Lizenzvertrag. Natürlich hat der Kunde weiterhin die Option, Microsoft Produkte auch über einen klassischen Lizenzvertrag zu erwerben. Deswegen sprechen wir auch über Enterprise Agreement , Server & Cloud Enrollment , Microsoft Products & Services Agreement sowie Open Value. Grundsätzlich geht es um Lizenzverträge für kommerzielle Kunden, also für Unternehmenskunden. Die Lizenzprogramme für Kunden aus Forschung und Lehre, Government- und Non-Profit-Organisationen sind nicht Thema dieses Webinars. Wie also sieht die Zukunft der Microsoft Lizenzverträge aus? Derzeit gibt es eine Vielzahl von Lizenzverträgen, die Microsoft im Laufe der Jahre auf den Markt gebracht hat und jeder dieser Verträge hat unterschiedliche Voraussetzungen, mit welchen Produkten und ab welcher Bestellmenge man den Vertrag schließen kann, hat unterschiedliche Zielgruppen, an die sich der Vertrag wendet und unterschiedliche Vertragsbestimmungen, die zu beachten sind. Nicht nur für den Endkunden ist es manchmal schwierig herauszufinden, welcher Lizenzvertrag für seine speziellen Bedürfnisse am besten geeignet ist. Die Vision Microsofts ist es daher, diese Vielzahl an Lizenzverträgen zu verringern und durch einen einzigen Vertrag zu ersetzen, das Microsoft Customer Agreement. Das Microsoft Customer Agreement ist so gestaltet, dass es für jede Kundensituation, für jede Unternehmensgröße und für jeden Lizenzbedarf geeignet ist. Langfristig soll es also nur noch diesen einen Lizenzvertrag geben. Nichtsdestotrotz hat der Kunde weiterhin die Wahl, über welchen Vertriebsweg er die Lizenzen erwerben möchte. Mit Unterstützung eines Partners, per Self-Service direkt über die Website, zum Beispiel azure.com oder office365.com oder im Kontakt mit einem Microsoft Vertriebsmitarbeiter. Hat der Kunde einmal ein Microsoft Customer Agreement geschlossen, kann er für jeden Einkauf seine Wahl des Vertriebswegs erneut treffen. Er ist also nicht festgelegt und kann die Vertriebskanäle abwechselnd nutzen. Schauen wir uns das Microsoft Customer Agreement etwas genauer an. Ein Microsoft Customer Agreement hat keine Laufzeit, sodass der Kunde nur einmal die Vertragsbestimmungen akzeptiert und nicht immer wieder einen neuen Vertrag unterzeichnen muss, wie es bei manchen der bisherigen Verträge der Fall ist. Es gibt keine Mindestbestellmenge, sodass das Microsoft Customer Agreement für Unternehmen jeder Größe und für jeden Lizenzbedarf geeignet ist. Was ist der Unterschied, wenn der Kunde Produkte über ein Microsoft Customer Agreement bei einem auf Cloud-Dienste spezialisierten Partner oder im Kontakt mit einem Microsoft Vertriebspartner erwirbt? Kennzeichnend für den Vertrieb über einen auf Cloud-Dienste spezialisierten Cloud-Solution-Provider-Partner ist, dass der Partner hier für die gesamte Kundenbeziehung zuständig ist. Der Endkunde hat nur einen Ansprechpartner für sämtliche Belange, die mit seiner Lösung in Verbindung stehen. Der CSP-Partner legt das Angebot und setzt die Preise und Zahlungsbedingungen fest. Zudem ist der CSP-Partner verantwortlich für den Support und die Verwaltung der Online-Dienste. Dieses Alles-aus-einer-Hand-Angebot eignet sich vor allem für Kunden, die Microsoft Azure Services und Online-Dienste als Teil einer umfassenden Lösung erwerben und die Fachkompetenz eines Partners in Anspruch nehmen wollen, der sich spezialisiert hat auf Themen wie künstliche Intelligenz oder Internet of Things. Zudem werden die Online-Dienste wahlweise mit monatlicher oder jährlicher Laufzeit angeboten, in einigen Fällen sogar mit dreijähriger Laufzeit. Das entscheidende Charakteristikum beim Vertrieb über Microsoft ist, dass hier die Abrechnung über Microsoft erfolgt. Preise und Rechnungen erhält der Endkunde also von Microsoft. Zielgruppe sind vor allem Kunden, die in der Vergangenheit bereits Azure Services in einem direkten Enterprise Agreement oder SCE erworben haben. Endet die Laufzeit dieses bestehenden Beitritts, kontaktiert Microsoft diese Kunden und macht ihnen das Angebot, Azure Services künftig über das Microsoft Customer Agreement zu erwerben. Weitere Informationen zum Microsoft Customer Agreement, zusätzliche Ressourcen und den Wortlaut des Microsoft Customer Agreement hier in der deutschen Version als Microsoft Kundenvertrag finden Sie unter dem angegebenen Link. Die Zukunft der Microsoft Lizenzverträge ist also das Microsoft Customer Agreement. Aber nach wie vor stehen auch die traditionellen Lizenzverträge für den Lizenzerwerb zur Verfügung. Das schauen wir uns anhand der Microsoft Online-Dienste jetzt an. Für die Online-Dienste Office 365, Microsoft 365 und Dynamics 365 wird der Erwerb über Microsoft Customer Agreement empfohlen. Kunden mit Enterprise Agreement können diese Online-Dienste auch über ihren Enterprise Beitritt erwerben. Beziehungsweise Kunden können das auch über ihr MPSA tun. Über Open Value werden nicht alle Online-Dienste angeboten. Das gilt für bestimmte Microsoft 365 Pläne und Dynamics 365. Auch für die Microsoft Azure Services ist Microsoft Customer Agreement der empfohlene Vertrag. Für Kunden, die Azure Services in der Vergangenheit über ein EA, Enterprise Enrollment oder Server und Cloud Enrollment SCE erworben haben, lautet die Empfehlung nach Ablauf des Beitritts ebenfalls Microsoft Customer Agreement. Dabei hat der Kunde die Wahl des Vertriebskanals, kann also direkt mit Microsoft verhandeln oder zu einem CSP-Partner wechseln. Das Lizenzprogramm Open License ist abgekündigt. Das heißt, der Erwerb von Produkten über Open License ist seit 1. Januar 2022 nicht mehr möglich. Kunden wird empfohlen, Microsoft Azure und Online-Dienste über Open Value oder Microsoft Customer Agreement zu erwerben. Neben den Online-Diensten gibt es bei Microsoft nach wie vor auch On-Premises-Software. Über Microsoft Customer Agreement sind On-Premises-Produkte als License, das heißt ohne Software Assurance verfügbar. Windows Server und SQL Server gibt es darüber hinaus auch als Server Subscription mit ähnlichen Benefits, wie es Kunden von Software Assurance gewohnt sind. Bei den traditionellen Lizenzprogrammen ist die Frage, ob der Kunde seine Software Lizenzen automatisch inklusive Software Assurance erwerben möchte, wie es in den Lizenzprogrammen Enterprise Agreement und Open Value der Fall ist. Oder ob er für jede Lizenz die Wahl haben möchte, die Lizenz auch allein, also ohne Software Assurance zu erwerben, wie es über MPSA möglich ist. Auch für On-Premises-Software steht Open License nicht mehr zur Verfügung. Kunden wird empfohlen, über den License für On-Premises-Software über den CSP-Vertriebskanal von Microsoft Customer Agreement, License inklusive Software Assurance und SA Verlängerung dagegen über Open Value zu erwerben. Schauen wir uns nun die klassischen Lizenzprogramme für kleinere Unternehmenskunden genauer an. Open Value richtet sich an Kunden mit einem geringen Lizenzbedarf, denn eine Bestellung von fünf Lizenzen reicht aus, um diesen Vertrag schließen zu können. Open Value Company-weit ist die im Vertrag enthaltene Option, eine unternehmensweite Standardisierung für alle Geräte im Unternehmen einzugehen. Open Value Subscription ist ein eigener Vertrag, der ebenfalls eine unternehmensweite Standardisierung vorsieht. Im Unterschied zu Open Value Company-weit jedoch sind die Nutzungsrechte für alle On-Premises-Produkte auf die Vertragslaufzeit befristet. Verlängere ich den Vertrag nicht, verliere ich daher sämtliche Nutzungsrechte an den lizenzierten Produkten und muss sie deinstallieren. Die für die Standardisierung möglichen Produkte sind Office Professional Plus, Windows Enterprise und die Zugriffslizenzen zusammengefasst in der Core-Cal oder Enterprise-Cal Suite. Für alle Open Value Varianten gilt eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten, während der Nachbestellungen auch von nur einer Lizenz möglich sind. Die Lizenzkosten werden auf jährliche Zahlungen verteilt, sodass bei einer Bestellung zu Vertragsbeginn drei Zahlungen erfolgen. In Open Value sind alle On-Premises-Produkte automatisch mit Software Assurance ausgestattet und Laufzeit und Preis der Software Assurance werden an das Ende der Vertragslaufzeit angepasst. Soweit die Schnellübersicht zu Open Value. Weitere Informationen finden Sie unter dem hier angegebenen Link. Wir gehen weiter zu den klassischen Lizenzprogrammen für große Unternehmenskunden. Wir gehen zu Enterprise Agreement und Microsoft Products & Services Agreement, MPSA, die über speziell von Microsoft autorisierte Partner vertrieben werden. Eine Besonderheit von Enterprise Agreement ist die mehrstufige Vertragsstruktur. Die eigentliche Bestellung erfolgt dem sogenannten Beitritt, auch Enrollment genannt. Unter dem Enterprise Agreement Vertrag gibt es mehrere Beitrittsvarianten, die unabhängig voneinander geschlossen werden können. Das Enterprise Enrollment bzw. Enterprise Subscription Enrollment dient der Standardisierung auf Desktop-Produkte. Der Unterschied zwischen diesen beiden Enrollments liegt im Nutzungsrecht der On-Premises-Produkte. Zeitlich unbeschränkt im Enterprise-Beitritt, auf die Laufzeit beschränkt im Enterprise Subscription-Beitritt. Das Server & Cloud Enrollment dient der Standardisierung auf Server-Produkte. Wie bei Open Value sind auch in einem Enterprise Agreement alle On-Premises-Produkte automatisch mit Software-Surance ausgestattet. Ein Enterprise Agreement bietet darüber hinaus noch weitere Vorteile. Zum Beispiel sind in Absprache mit Microsoft kundenspezifische Anpassungen der Vertragsbestimmungen möglich, z.B. für große Konzerne mit komplexen Strukturen. Es gibt einen Preisschutz, bei dem zu Vertragsbeginn die Preise für die gesamte Beitrittslaufzeit von 36 Monaten festgelegt werden, sodass der Kunde von Beginn an weiß, was er für nachbestellte Produkte bezahlen wird. Und dann gibt es das sogenannte True-Up-Prinzip, bei dem zusätzlich benötigte Produkte sofort genutzt werden können, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt an den Jahrestagen des Beitritts bestellt und bezahlt werden. Vor allem für größere Unternehmen ist das eine Erleichterung, wenn nur einmal pro Jahr eine Sammelbestellung anfällt, anstelle immer wieder jeden Monat den internen Bestellprozess durchlaufen zu müssen. Viele Kunden haben sowohl Enterprise Agreement als auch MPSA abgeschlossen. Das bietet dem Kunden die Flexibilität, die Vorteile der Standardisierung in Enterprise Agreement zu verbinden mit der Flexibilität des Lizenzerwerbs auch ohne Software Assurance optional in MPSA. Zudem entfallen die Mindestbestellmengen von MPSA, wenn dieser Vertrag mit dem Enterprise Agreement des Kunden assoziiert wird. Weitere Informationen zum MPSA finden Sie unter dem angegebenen Link. Schauen wir uns jetzt die Enterprise Agreement Beitritte genauer an. Zunächst das Server und Cloud Enrollment, SCE, in dem eine Standardisierung auf Serverprodukte erfolgt und zwar auf eine oder mehrere vorgegebene Plattformen. Zur Core Infrastructure Plattform gehört die Core Infrastructure Server Suite, die CIS Suite, die aus Windows Server und System Center zur Serververwaltung besteht. Zweite Option ist die Application Plattform, die Microsoft Datenbank Plattform SQL Server in den Editionen Enterprise und Standard umfasst. Die Developer Plattform umfasst Microsoft Entwicklertools aus der Visual Studio Produktfamilie. Gemeinsam ist allen Plattformen, dass alle bereits vorhandenen Lizenzen der gewählten Produkte, die sogenannten Basislizenzen, in die Standardisierung einbezogen werden. Die Mindestbestellmenge der Anfangsbestellung besteht aus den vorhandenen und eventuell zusätzlich benötigten Lizenzen. Weitere Informationen zum SCE finden Sie auf der Microsoft Website unter dem angegebenen Link. Wir schauen zum Enterprise Enrollment. Dieser Enterprise Beitritt dient der Standardisierung auf bestimmte Desktop-Produkte. Voraussetzung sind mindestens 500 qualifizierte Geräte bzw. qualifizierte Nutzer im Unternehmen und eine Mindestbestellung zu Beitrittsbeginn von 500 Lizenzen in einem Produktpool. Was ist ein qualifiziertes Gerät? Was ist ein qualifizierter Nutzer, die in den Beitritt einbezogen werden müssen? Hier die Definition aus dem Beitritt. Ein qualifiziertes Gerät ist eines, das zugunsten des Beitrittsunternehmens genutzt wird und das in der Lage ist, das Desktop-Betriebssystem Windows Pro lokal auszuführen oder das auf eine Virtual Desktop-Infrastruktur zugreift. Ein qualifizierter Nutzer ist eine Person, in der Regel ein Mitarbeiter des Unternehmens, der ein qualifiziertes Gerät nutzt oder auf Server-Software zugreift, für die eine Zugriffslizenz erforderlich ist, man denke an Windows Server oder Exchange Server oder auf Online-Dienste wie Exchange Online zugreift. Welche Produkte stehen für die Standardisierung zur Verfügung? Die sogenannten Enterprise Produkte sind Office Professional Plus, Windows Enterprise als Desktop-Betriebssystem und die Core-Cal bzw. Enterprise-Cal-Suite. Zusätzlich gibt es die Enterprise Online-Dienste. Dazu gehören Microsoft 365, E3, E5 und ihre Komponenten Office 365, E3, E5 sowie Enterprise Mobility & Security, EMS E3, E5. Andere Produkte, die keine Standardisierung und keine Mindestbestellung erfordern, können im selben Beitritt bestellt werden und wie gewohnt haben auch diese Produkte automatisch Software Assurance, wenn es sich um On-Premises Produkte handelt. Ein Beispiel zur Verdeutlichung. Der Kunde schließt ein EA Enterprise Enrollment und bezieht ein verbundenes Unternehmen mit ein. Voraussetzung ist eine Beteiligung von mehr als 50%. Dann können die beiden Unternehmen ihren Lizenzbedarf gemeinsam decken und dadurch eventuell bessere Preise erreichen. Der Kunde möchte Enterprise Produkte, also On-Premises Produkte lizenzieren. Die Anzahl seiner qualifizierten Geräte beträgt 2400 und das ist damit auch die Anzahl der Lizenzen für die pro Gerät lizenzierten Produkte Office Professional Plus und Windows Enterprise. Da die Mitarbeiter neben den qualifizierten Geräten wie zum Beispiel PC oder Notebook, auch Smartphones oder eigene Geräte zum Zugriff auf Windows Server und Exchange Server nutzen, wird die CoreCal Suite hier pro Nutzer lizenziert. Ist ein qualifiziertes Gerät für Office Professional Plus und Windows Enterprise lizenziert, können nun beliebige Nutzer nacheinander auf diesem Gerät mit den Produkten arbeiten. Ist ein Nutzer für die CoreCal Suite lizenziert, kann er von beliebigen Geräten, unter anderem auf Windows Server und Exchange Server zugreifen, um seine E-Mails von allen qualifizierten Geräten, aber zum Beispiel auch von seinem Smartphone abzurufen. Machen wir ein weiteres Beispiel. Allerdings erfolgt die Standardisierung jetzt mit einer Kombination aus Enterprise Produkten und Enterprise Online Diensten. In diesem Fall geht es um die Office Desktop Anwendungen, die es in einer gerätebasierten und in einer nutzerbasierten Ausgabe gibt und um das Windows Desktop Betriebssystem. Die Frage ist, wie die Standardisierung mit einer Kombination beider Lizenzmodelle erreicht werden kann. Die Anforderung der unternehmensweiten Standardisierung ist erfüllt, wenn jedes qualifizierte Gerät mit einer Gerätelizenz abgedeckt ist oder nur von Nutzern verwendet wird, die mit einer Nutzerlizenz abgedeckt sind. Es muss also in jedem Fall das Gerät oder der Nutzer lizenziert sein. Es kann kein Szenario geben, in dem ein nicht lizenzierter Nutzer an einem nicht lizenzierten Gerät arbeitet. Konkret bedeutet das, die Geräte in Unternehmen, die für das gerätebasierte Produkt Office Professional Plus lizenziert sind, können von jedem Nutzer verwendet werden. Das sind nicht sämtliche qualifizierten Geräte im Unternehmen, sondern nur ein Teil davon. Es bleiben also Geräte, die nicht lizenziert sind und diese Geräte können nur von einem lizenzierten Nutzer verwendet werden. In diesem Fall sind die Mitarbeiter für das nutzerbasierte Produkt Microsoft 365 Apps for Enterprise lizenziert. Dasselbe lässt sich auch mit Windows Enterprise machen. Die Workloads Office und Windows sind also standardisiert in diesem Unternehmen, allerdings über unterschiedliche Lizenzen pro Gerät beziehungsweise pro Nutzer. Eine der Besonderheiten des Enterprise Agreement ist der True-Up Prozess. Wie genau funktioniert das? Dargestellt ist hier ein Enterprise-Beitritt über 36 Monate mit den Jahrestagen nach jeweils zwölf Monaten. Zu Beginn des Beitritts macht der Kunde eine Anfangsbestellung, in der er zur Erfüllung der Standardisierungsanforderungen On-Premises Software und Online-Dienste kombiniert. Irgendwann während der folgenden Monate benötigt der Kunde weitere Lizenzen dieser Produkte und da kommt der True-Up Prozess ins Spiel. Der Kunde kann die zusätzlichen Lizenzen sofort nutzen, wenn er sie benötigt. Die Bestellung und die Bezahlung für diese zusätzlichen Lizenzen werden allerdings zurückgestellt und erfolgen erst zum nächsten Jahrestag. Die Berechnung erfolgt nachträglich für die bereits genutzte Zeit und im Vorhinein für die verbleibende Zeit bis Beitrittsende. Und durch den Preisschutz kennt der Kunde bereits die True-Up Preise, die er dann zu bezahlen hat. Dieses True-Up Verfahren ist in jedem Beitrittsjahr möglich. Die True-Up Bestellung muss in einem gewissen Zeitraum vor dem Jahrestag eingehen und die Rechnung, die der Kunde von Microsoft enthält, beinhaltet die fällige Teilzahlung der Anfangsbestellung sowie die Vorauszahlung der zusätzlich bestellten Produkte. Weitere Informationen zum EA-Enterprise-Beitritt finden Sie auf der Microsoft-Website unter dem angegebenen Link. Und damit bin ich am Ende des Kapitels zu den Lizenzverträgen, indem wir die Zukunft der Lizenzverträge mit Microsoft Customer Agreement sowie die klassischen Lizenzverträge Open Value, MPSA und Enterprise Agreement unter die Lupe genommen haben. Das nächste Kapitel widmet sich der Lizenzierung der Office-Desktop-Anwendungen Office Professional Plus und Microsoft 365 Apps for Enterprise. Das hier, vamos zum nächsten Mal. Kurz wird es der Lizenz-Verlust im Auftrag des US-Marsch-Aus Wilder. Kurz vor Linz, erst mal die Lupe, die Applaus-Managerung von Internet oder Licht in Kurz vor Linzeln-Verlust im Auftrag des U-Shars und Myers-Verlust im Auftrag des U-Shars und Untertitelung des ZDF, 2020